ja hallo liebe zuschauer liebe youtuber an dieser stelle möchte ich euch mal kurz die facebook timeline vorstellen ein bisschen näher darauf eingehen die ist ja gerade in aller munde mit viel kritik und ich hoffe ich kann euch ein bisschen die angst vor der timeline nehmen facebook möchte ja demnächst die timeline für alle einführen hier seht ihr einen kleinen test account von mir so dann zeige ich euch das ganze erstmal ist klar ist jetzt facebook mit dem alten design das dürften noch einige von euch haben das ist direkt die startseite und dann gehen wir mal direkt auf neuigkeiten ja das sieht jetzt so aus können wir ausblenden hier vier neue meldungen so das sind jetzt so ein paar beiträge die ich extra vorhin geschrieben hatte das ding war noch komplett leer das ist ein älterer test account von mir so ich habe den jetzt noch ein bisschen mit daten voll gepackt das gehen wir mal auf das profil ja das ist die bisherige darstellung von facebook ohne timeline ihr könnt jetzt hier profil bearbeiten aus der sicht von et cetera schule statt hinzufügen das übliche man hat hier oben bei kontoeinstellungen privatsphäre einstellungen die möglichkeit das ganze noch ein bisschen zu verfeinern wenn man jetzt hier im beitrag schreibt dann kann man hier hinzufügen mit wie man unterwegs war während man diesen beitrag quasi schreibt zum beispiel bin gerade da und da kann man auch gleich den ort mit angeben man kann das ganze benutzerdefiniert einstellen öffentlich freunde oder nur für sich selbst das sieht dann sonst auch keiner öffentlich dann sehen es halt alle so und dann benutzerdefiniert hier können wir dann das ganze noch mal verfeinern bestimmte listen jemand angelegt hat oder nur freunde et cetera hier kann man personen oder listen ausschließen sehr gut für die sicherheit immer zum beispiel neue kontakte hat dann nimmt man eine liste an neue kontakte und dann macht man hier neue kontakte neue kontakte und die liste ist dann entsprechend ausgeschlossen von dem beitrag jemand an dem moment postet ja dann gehen wir mal weiter zum thema timeline da müssen wir das ganze natürlich erstmal aktivieren da geht man einfach auf facebook com slash timeline ja und ganz unten auf dieser seite steht dann hier hole die chronik im futter wenn ihr das nicht habt dann ist euer profil dafür noch nicht freigeschaltet das heißt ihr seid vielleicht neu bei facebook oder irgendeinem anderen grund habt ihr diese option nicht es gibt mittel und wege die etwas komplexer sind um das trotzdem zu machen mein tipp wartet einfach ab wird sowieso bald für alle eingeführt und manche wollen es ja sowieso nicht also aktivieren wir jetzt einfach mal die chronik indem wir auf hole die chronik gehen so das war es im prinzip schon jetzt ist die timeline aktiviert und wie ihr seht sieht das ganze schon ein bisschen anders aus hier steht auch dass die ganze chronik am 5 februar erst veröffentlicht wird bis dahin sehen die besucher das ganze noch im alten design also wie es eben gesehen hattet jetzt habe ich noch zeit bis zum 5 februar um sicherheitseinstellungen vorzunehmen und das ganze hier ein bisschen zu begutachten hier sieht man halt dass man hier oben direkt zu den jahren springen kann und auch zu den monaten hier dezember zum beispiel 2012 dann in dem fall klicken wir mal auf 2011 da jetzt hier keine daten drin sind habe ich jetzt keine monate zur auswahl aber im prinzip kommen dann hier 2011 dann januar februar märz und so weiter dasselbe für die anderen jahre zumindest wenn ich daten drin habe und die auch entsprechend freigegeben sind so sieht halt momentan die timeline aus und ich kann natürlich auch gucken dass ich das ganze ein bisschen verschöner und zwar kann ich hier bei der timeline ein titelbild hinzufügen also nicht nur ein profilbild sondern auch ein titelbild das heißt das mache ich jetzt einfach mal ich lade in dem fall ein foto hoch so nachdem das foto jetzt geladen ist kann ich das ganze auch neu positionieren also hoch runter oder kannst vorher schon in der passenden größe erstellen machen wir einfach mal so und dann kann ich das ganze speichern das foto ist auch immer öffentlich also diese titelbild was ihr habt das könnt ihr nicht privat stellen soll also auch aufpassen was ihr als titelbild nehmt denn das sieht jeder so damit wäre es das ganze ein bisschen schöner ja ich kann mir klicken wir mal auf rundgang beginnen und dann kann man hier noch kurz eine erklärung sehen wie dann halt alles sortiert ist wo die meldungen sind dass man das ganze hervorheben kann indem man hier auf die sternchen klickt also hier seht ihr auch eine nette kleine erklärung dazu so und ich würde sagen ich kann es die ganze jetzt mal jetzt veröffentlicht damit oben das ding hier weg ist so die chronik auch für andere sichtbar ja was hält man die sieben tage oder sieben tage sind ungefähr zeit hat ist ganz einfach viele haben vielleicht noch ältere beiträge die öffentlich sind zum beispiel habe ich jetzt hier testweise alle beiträge öffentlich also fast alle hier öffentlich das hier ist auch öffentlich und hier ist einmal nur für freunde und das hier ist benutzerdefiniert für freunde von freunden also momentan ist es so dass diese beiträge hier mit dem globus für alle öffentlich sichtbar sind wenn wir jetzt nun ältere beiträge hat zb 2009 oder tausende beiträge dann ist es sehr umständlich alles runter zu scrollen runter zu scrollen und dann entsprechend einzustellen man kann es ein bisschen vereinfachen indem man das profil aus der sicht von anzeigen lässt und in dem fall Freunde eingeben oder aus der sicht von der öffentlichkeit und die öffentlichkeit sieht das ganze profil jetzt so also das wäre jetzt wie das profil für leute aussieht die nicht auf meiner freundesliste sind die sind also nur diese beiträge und ist ja die sind öffentlich und jetzt kann ich die quasi das geht hier nicht aber das bild hier zum beispiel kann ich hier neuen tab öffnen den beitrag auch hier in neuen tab öffnen und das video hier in neuen tab öffnen so und jetzt kann ich da den bild zum beispiel einstellen öffentlich das mache ich jetzt mal nur ich so das bild nur für mich sichtbar und wenn ich jetzt nochmal hier aktualisiere dann seht ihr es ist nicht mehr öffentlich sichtbar ich könnte es auch für nur Freunde einstellen dann wäre es auch nicht öffentlich sichtbar ist also sehr gut um seine eigene sicherheitsstellung zu verfeinern und wer möchte kann auch über die menü option hier oben privatsphäre einstellungen auf beschränke das publikum für ältere beiträge gehen ich hoffe das klappt das weil die sind relativ neu und da kann man jetzt alle bei alte beiträge beschränken und bestätigen und jetzt sollten alte beiträge im prinzip auf nur freunde können sie sehen gestellt sein gucken wir das ganze hier nochmal an so wie ihr sehen könnt deine freunde deine freunde deine freunde also selbst die beiträge von freunde für freunden sind es auf deine freunde gestellt und jetzt würde das ganze so aussehen aus der sicht von der öffentlichkeit da war es jetzt schon voila also es ist alles was älter ist in dem fall also alles auf nur meine freunde können es sehen gestellt darauf sollte ja natürlich auch achten dass ihr in die freundsliste nicht jeden aufnimmt oder fremde leute wenn ihr fremde leute aufnehmen wollt sie in die liste eingeschränkt sortiert so wenn ihr da noch fragen habt dann könnt ihr mir natürlich stellen vielleicht mache ich da noch ein zweites video dazu wenn da spezielle fragen sind aber ansonsten ja das hat so die chronik zeige es mal wieder aus meiner sicht an ja manche mögen es nicht mit dieser zwei spalten ansicht gut am anfang dachte ich auch das ist sehr verwirrend und chaotisch weil man vorher alles untereinander hatte und jetzt hat man hier diese zwei spalten aber das ist relativ einfach in der mitte seht ihr die linie das ist quasi die timeline und hier seht ihr dann knotenpunkte das ist einmal hier für neue beiträge genau wie vorher nur habt ihr jetzt noch die option ihr könnt eintragen in welchem jahr das war in welchem monat und an welchem tag und dann könnt ihr halt ereignisse nachtragen lebensereignis könnt ihr auch hinzufügen arbeit familie und so weiter das ist also für leute die quasi aktuelle ereignisse eintragen wollen oder rückwirkend quasi ihr tagebuch online bringen wollen vorsicht damit ihr wisst ja das internet vergisst eventuell nie wenn ihr pech habt also solltet ihr sicherheitserstellung lieber ein bisschen zu hoch wählen als zu niedrig so das gehen wir mal etwas tiefer in die materie und zwar haben wir hier noch die option für die größe verändern und die kann man den beitrag natürlich auch entfernen oder ändern man kann das datum ändern also es war gar nicht vor elf minuten es war vielleicht sagen wir mal 2012 januar am 10 januar so schwupp jetzt sollte der beitrag eigentlich verschoben werden so jetzt ist er da 10 januar jetzt haben wir ihn hier also könnt ihr auch beiträge nachträglich verschieben steht auch wann er hinzugefügt wurde aber stattfanden das ereignis dann quasi am 10 januar noch mal zu diesem entfernen und so weiter man kann auch im ort hinzufügen man kann den beitrag aus der chronik entfernen das heißt er wird hier nun nicht angezeigt ist aber ansonsten noch im profil vorhanden oder man kann ihn löschen dann ist er nicht mehr im profil vorhanden was nicht unbedingt heißt dass facebook ihn aus der datenbank löscht da gibt es momentan noch so eine probleme mit weil facebook will daten nicht vollständig löscht derzeit wird wahrscheinlich demnächst dazu verdonnert werden ja dann haben wir natürlich noch diese größe verändern oder highlight wie ich dazu sage weil manche sagen auch ich mag die zwei spalten an sich nicht einfach hier drauf klicken so und dann hat man denn dieses ereignis über zwei spalten verteilt es ist quasi hervorgehoben das kann man mit quasi allen ereignissen machen macht natürlich nicht wirklich sinn wenn dann alles auf einmal ein highlight ist ja das ganze kann natürlich auch wieder rückgängig gemacht werden so und hier also für wichtige ereignisse ist das ganz interessant aber man soll es nicht mit allen machen auch wenn es dann chronologisch aussieht was untereinander ist aber da komme ich noch mal zurück auf diese timeline hier sieht die also eine linie und hier sind knotenpunkte einmal hier oben das sind halt quasi die aktuellsten ereignisse sind weiter oben und je weiter unten geht desto älter sind die ereignisse das zum beispiel halt vor 16 minuten ist hier gewesen dann vor 18 minuten war hier ein paar sekunden früher auch vor 18 minuten war dieser beitrag und vor 21 minuten profilbild vor 22 minuten den testaccount und so weiter es ist also völlig einfach strukturiert untereinander und wenn man weiß nicht nicht genau weiß was ist älter der linke oder der rechte beitrag dann guckt man auf die zeit in dem fall okay hier weiß man es quasi nicht anhand der zeit weil sie zum selben zeitpunkt quasi gemacht wurden aber diese kleine timeline hier sieht man der beitrag ist neuer als der beitrag ja ich denke mal das dürfte so die timeline im großen und ganzen sein facebook benutzt das ganze für werbung die auf euch zugeschnitten ist das ganze funktioniert automatisch da gibt sind irgendwelche begriffe bei euch im profil und anhand dieser begriffe werden entsprechende werbung eingeblendet also ließ keiner persönlich eure werbung eure einträge oder sowas das ist totaler blödsinn dafür wer gar keine zeit und würde keiner bezahlen können und dann entsprechend halt wird werbung eingeblendet außer ihr habt einen werbeblocker und ihr könnt ihr natürlich auch noch weitere informationen hinzufügen euren arbeitgeber schule und so weiter und da ganz wichtig auch eintragen wer es denn sehen darf muss ja nicht unbedingt jeder sehen wo man arbeitet wann man wo gearbeitet hat und wann man wo zur schule ging und so weiter es reicht ja wenn er zum beispiel nur freunde sehen oder auch freundesfreunde dann kann man es über sich schreiben et cetera kontaktinformationen hinzufügen telefon e mail handy ort und so weiter und dementsprechend immer einstellen wer es sehen darf seine e-mails hast du brauchst übrigens nicht zu schreiben die ist uralt so ja also wie gerade gesehen habt wenn man zur startseite geht da ist es noch wie früher man kann jetzt hier auf neuigkeiten halt gehen und ist quasi noch wie vorher und auf dem eigenen profil sieht es halt mit dieser timeline schön geordnet aus mir gefällt sie anderen gefällt sie nicht warum auch immer aber nach zehn minuten spätestens war ich dann damit konform und wusste genau wie das strukturiert ist und wie das ging man hat die auch noch die angaben für freunde gefällt mir und so weiter gut ich habe jetzt hier keine freunde in dem profil kann ich es also nicht entsprechend zeigen aber ist wie bei fotos man klickt drauf und dann sind dann halt die freunde entsprechend angezeigt mit namen und hier in dem fall halt die diversen foto alben die man hat man kann die alben dann auch entsprechend einstellen hier steht halt zum beispiel nach wo war es so hier kann man bei den pinwand fotos pro foto die sicherheitsentstellung ändern und bei den profil bildern kann man hier einmal pro album ändern das sind jetzt halt nur meine freunde wobei das aktuelle profil foto wird von allen gesehen ja also ihr könnt jetzt zwar das album einstellen auf nur meine freunde dürfen das sehen aber es sehen trotzdem das erste bild alle hier im profil also auch hier wieder aufpassen was ihr als aktuelles profil wird benutzt anders ist es natürlich bei zusätzlichen alben die könnt ihr entsprechend so einstellen wie ihr es wollt und die werden ja auch nirgendwo normalerweise angezeigt außer hier gibt es entsprechend frei es ist also nicht so wie gerne in manchen medien behauptet wird dass ihr euer komplettes leben automatisch veröffentlicht wenn ihr irgendwo musik abspielt oder so dass es veröffentlicht wird ihr müsst das immer noch erlauben ansonsten wird das nix wenn ihr eine app benutzt die automatisch irgendwas postet zum beispiel eure jogging mitschnitte weil ihr gerade mit der app unterwegs hat und die mitschneidet dass ihr joggen seid dann wird das nur automatisch auf eure pinwand veröffentlicht wenn ihr der app das erlaubt und wenn ihr hier entsprechend auch die einstellungen bei facebook drin habt also wenn ihr zum beispiel wird die etwas posten öffentlich und ihr wolltet das gar nicht dann könnt ihr es einfach wieder löschen oder halt privat stellen es bleibt also auch nicht öffentlich so warum mehr schade ich kann hier nicht mit mir und gesteig artikuliert das sieht jetzt leider nicht ist also ein bisschen bisschen langweilig das ganze zuzusehen ich weiß aber ich hoffe es war trotzdem einigermaßen informativ für euch und wenn ihr noch fragen habt dann kommentiert das einfach darunter wenn ihr noch ein video braucht mit irgendwelchen weiteren informationen wie man das ganze hier benutzt oder so dann fragt und ich versuche es nachzureichen ach bevor ich es vergesse wenn ihr hier musikstücke einbettet also mp3s oder so verlinkt dann gibt es dann in der regel auch so einen kleinen play button ihr könnt ihr also die stücke hier direkt abspielen und dasselbe gilt natürlich auch für videos die hochladet oder hier in dem fall bei youtube habt das ist jetzt ein video von mir und das ist also wie gehabt quasi ihr solltet aber darauf aufpassen dass wenn ihr sachen postet sondern wenn ihr öffentlich postet dass eure eigenen sind oder ihr die erlaubnis dafür habt weil man kann damit schnell in Tredulie geraten wenn man jetzt zum beispiel bilder postet hochlädt und öffentlich stellt die gar nicht von euch sind weil die urheber rechtlich natürlich geschützt sind dann müsst ihr schon den urheber fragen ob ihr das machen dürft ansonsten kann es sehr teuer werden ja soviel zur kurzen information zur facebook timeline und ich hoffe ich konnte euch damit ein bisschen klarheit verschaffen und wenn ihr noch fragen habt dann wie gesagt einfach kommentieren und eventuell videos kann ich dann ja nachrechnen wenn ihr dann noch mehr wissen wollt